Wasch! Und herzlich Willkommen zu dem nächsten Fast-Daddy-Notfall-Vlog. Ich hab'n Stromausfall. Ich hab' hier gerade Cat Quest 2 mit Zombie geschnitten. Es war fast fertig, ich will's grad hochladen. Und dann hat's hier draußen so zweimal BUM BUM gemacht mit so elektrischen Geräuschen und ganz hell und dann war aller Strom weg. Ich hoffe, mein PC wurde nicht geroastet. Ich hoffe, es geht dir gut. Auf jeden Fall, äh, dementsprechend gibt's heute keinen, keinen Cat Quest. Aber, ich dürfte... Ja, guck mal. Ich hab' mir noch Maronen gemacht und die sind noch fertig geworden, bevor der Strom ausgefallen ist. Ich hab' grad eben, also wirklich, mein, mein Handy hat Alarm geschlagen, dass die fertig sind und dann hab' ich's grad eben direkt ausgestellt, falls der Strom wiederkommt, damit ich's nicht vergesse. Ähm, ja, ich, ich ess' jetzt Kastanien. Ähm, kann ich euch noch irgendwas zeigen? Hier, ich hab' die Pflanze, ihr kennt schon alles. Da, da ist mein, mein Pullover. Cool, oder? Und da so'n Aufsatz für meinen Staubsauger. Zwei Hosen. Und... Ja, den Minzrichter kennt ihr schon alle. BUSCH! 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 BUSCH!